Das Hobby zum Beruf zu machen ist wohl auch für so manch Anime-Fan ein erstrebenswertes Ziel. Aber wie sieht die Marschrichtung auf diesem Weg aus, an dessen Ende ihr die Tür zur Anime-Branche aufstoßt? Welche Jobs gibt es eigentlich in der deutschen Anime-Industrie und welche Voraussetzungen müsst ihr abseits eurer Begeisterung für das Medium mitbringen? All diesen Fragen möchte ich nun in einer neuen Folge meiner Videoreihe – die fabelhafte Welt der Anime – nachgehen. Um eines schon mal vorwegzunehmen. Bestimmte Referenzen oder Skills sind zwar, wie in nahezu allen Berufen hilfreich, jedoch kein Freifahrtschein für eine Anstellung. Eure Chancen im Anime-Umfeld Geld zu verdienen, erhöht ihr jedoch mit einem abgeschlossenen Studium in der Tasche auf jeden Fall. So wühlen sich die Lizenzeinkäufer der Publisher beispielsweise regelmäßig durch komplexe Vertragsverhandlungen mit den japanischen Rechteinhabern. Naheliegend also, dass in diesem Bereich ohne wirtschaftliche und juristische Kenntnisse rein gar nichts geht. Um die anfallenden Lizenzkosten und alle damit verbundenen Ausgaben realistisch einschätzen zu können, sind ökonomische Kenntnisse zwingend erforderlich. Der japanischen Sprache mächtig zu sein übrigens nicht. Auch wenn das natürlich ein echter Pluspunkt sein kann. Und zwar bereits im Bewerbungsgespräch als auch später im Dialog mit den japanischen Ansprechpartnern. Kriegsentscheidend ist es jedoch nicht. Bevor die Tinte der Parteien auf dem Lizenzvertrag trocknen kann, sind natürlich zunächst viele Arbeitsschritte erforderlich. Der erste ist die Recherche. Ein Anime muss bekannt und einschätzbar sein, um das Interesse an der Lizenz bei einem Publisher zu wecken und die deutsche Veröffentlichung anzustoßen. Hier spielt ihr, die Fans, eine große Rolle. Diskutiert ihr über bestimmte, in Deutschland noch nicht erschienene Filme und Serien auf Social Media? Cosplayt ihr die Charaktere aus diesen Titeln oder richtet ihr eure Veröffentlichungswünsche direkt an die Publisher? Das Community-Verhalten wird bei der Suche nach möglichen Katalog-Neuzugängen der Anime-Anbieter berücksichtigt. Daneben haben die Lizenzeinkäufer natürlich ihr Ohr an jeder Wand bzw. Messewand, wenn sie sich auf den großen Conventions in Japan tummeln, um auf neue spannende Assets, also Serien, Filme, Games, Manga oder Merchandise aufmerksam zu werden. Um an dieser Stelle mal einen nicht unerheblichen Erfahrungswert aus meiner langjährigen Branchenzugehörigkeit einzustreuen. Die Zusammenarbeit mit den japanischen Rechteinhabern gestaltet sich oftmals als, um es diplomatisch auszudrücken, sehr speziell. Davon kann ich ein oder besser gesagt gleich mehrere Liedchen singen. Aus unzähligen Gesprächen mit den hiesigen Anime-Publishern kann ich zudem bestätigen, dass vor allem eine Lizenzabwicklung oftmals ein zäher und langwieriger Prozess ist. In einer separaten Episode meiner Videoreihe Die fabelhafte Welt der Anime beleuchte ich diesen Vorgang mit all seinen Hürden im Detail. Einen Link gibt's in der Beschreibung. Hat ein Lizenzeinkäufer schließlich einen neuen Titel ausgespäht, alle eben angerissenen Hürden genommen und den Film oder die Serie erfolgreich für sein Unternehmen eingekauft, beginnt der Lokalisierungsprozess. Hier kommt nun der Produktmanager ins Spiel, der nicht selten einen sehr breit gefächerten Tätigkeitsbereich abdeckt. Beispielsweise das Management der Produktherstellung in all seinen Facetten. Dazu zählt unter anderem die Verpackung sowie die haptische oder digitale Ausstattung in Bezug auf Logos, Artworks oder Extras, die später auf die DVD oder Blu-Ray gepresst werden sollen. Dabei muss ständig geprüft werden, ob auch die entsprechende Lizenz vorliegt. Wenn ein Publisher zum Beispiel die Home-Video-Lizenz für einen Titel erwirbt, bedeutet das nämlich nicht automatisch, dass er fortan uneingeschränkte Narrenfreiheit genießt. Möchte der Anbieter zum Beispiel Merchandise produzieren, braucht er dafür die entsprechende Lizenz. Zurückzuführen ist dies auf den komplizierten und kleinteiligen, aber in der japanischen Anime-Industrie nun mal üblichen Produktionskomitee-Prozess. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut mal in die Beschreibung, denn auch zu dieser Thematik habe ich bereits ein separates Video gemacht. In ständigem Austausch mit den japanischen Rechteinhabern muss der Produktmanager sämtliche Maßnahmen freigeben und absegnen lassen. Auch in Bezug auf Übersetzungsfragen, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Dialogbuch bzw. der Synchronisation eines Animes, ein Bereich, auf den ich im Laufe des Videos noch genauer eingehen werde. So gilt es zu klären, welche Namensschreibweisen korrekt sind, für Deutschland übernommen oder geändert werden sollen oder ob vielleicht bereits eine deutsche Übersetzung vorliegt, da der Titel schon im Simulcast ausgestrahlt oder in Manga-Form veröffentlicht wurde. All diese einzelnen Schritte mit den damit einhergehenden Absprachen, Änderungswünschen und Freigabe schleifen und den oftmals daraus resultierenden Verzögerungen im Veröffentlichungsplan bilden in Summe den langwierigsten Prozess in der Produktionskette. Ob alle Ideen schlussendlich umsetzbar sind, hängt natürlich auch vom Budget ab, sprich vom Geld, das man ausgeben will und kann. Dies muss noch vor und während all dieser Arbeitsschritte stets bedacht und mit der Buchhaltung und oder Chefetage abgestimmt werden. Ein hilfreiches Fundament zum Einstieg in dieses Jobsegment bildet ein BWL-Studiengang oder eine entsprechende Ausbildung. Im Normalfall beginnt ihr eure Karriere als Junior-Produktmanager und arbeitet euch dann zum Senior hoch. Ganz ähnlich verhält es sich im PR- oder Marketing-Bereich, wo ihr auf der Hierarchieleiter vom Assistent über den Junior bis zum Senior-Manager aufsteigen könnt. Welche Aufgaben erwarten euch in diesen Bereichen? Nun, der PR- oder auch Public-Relations-Manager dient als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Außenwelt. Oder anders, er kümmert sich um die Wirksamkeit gegenüber Kunden, Partnern und der Öffentlichkeit. Ein Marketing-Manager ist hingegen für eine attraktive Positionierung und Präsentation der Produkte des Unternehmens im Markt zuständig, um die potenzielle Zielgruppe, also Kundschaft, bestmöglich zu erreichen. Zu diesem Zweck werden spezielle Marketing-Strategien entwickelt. Das heißt, er bucht Werbung im Internet, TV und in Magazinen oder zurrt Kooperationen mit anderen Unternehmen fest. Beispielsweise gemeinsame Social Media oder Convention-Kampagnen für bestimmte Anime-Filme oder Serien. Dabei kümmert sich der Marketing-Manager auch um die Freigaben von Werbematerialien wie Anzeigen oder aber Aufsteller, Flyer und Messestände für Convention-Auftritte. Auch hier gehört der regelmäßige Austausch mit den japanischen Lizenzgebern zum täglich Brot. Zudem geht mit diesem Tätigkeitsbereich eine gewisse Budgetverantwortung einher. Ob nun für plattformübergreifende Werbekampagnen oder Veranstaltungen wie Con-Panels oder Screenings. Dabei pflegt ihr einen kontinuierlichen Kontakt zum Kunden, japanischen Ehrengästen, aber auch Leuten wie mir, also den Journalisten. So plane ich in Absprache mit den hiesigen Marketing-Menschen regelmäßige Gewinnspiele, Unboxings, Werbeplatzierungen oder redaktionelle Berichterstattung und erfahre von den entsprechenden Mitarbeitern der Publisher vertrauliche Infos aus erster Hand. Der Umfang und die Priorisierung der Marketingmaßnahmen, Strategien und Konzepte steht und fällt dabei stets mit der Gewichtung eines Animes. Je größer ein Franchise, desto mehr Zeit und Geld wird investiert. In der deutschen Animebranche verschmelzen all die eben aufgedröselten Aufgabenbereiche oftmals unter dem Jobtitel PR und Marketingmanager. In größeren Kommunikationsteams gibt es mitunter auch eigene Social Media und Communitymanager, die sich ausschließlich um alles für die Onlinekanäle kümmern. Bei den immer mehr und wichtiger werdenden Veranstaltungen wie Kinoevents kann es auch eigene Eventmanager geben. In diesem Bereich kommt ihr am besten über ein BWL-Studium mit Schwerpunkt Marketing, ein Kommunikations- oder Sprachstudium oder eine aufgabenverwandte Ausbildung. Quereinsteiger haben es hier möglicherweise am leichtesten Fuß zu fassen, denn freischaffende Redakteure, Content Creator oder Vertriebsspezialisten können ihre Skills hier ebenfalls wunderbar einsetzen. Apropos Vertrieb. Ohne den findet ihr keine Blu-Ray, keinen Manga und auch kein Game in den Regalen von Elektrofachgeschäften und Buchhandlungen. Der Vertrieb bestimmt in Absprache mit allen relevanten Abteilungen die unverbindliche Preisempfehlung und noch wichtiger den Einkaufspreis für die Handelspartner. Aus anderen Business Units erhält der Vertrieb auch die sogenannten USPs des Produkts, um Bestellungen zu erhalten. USP steht für Unique Selling Point oder anders Alleinstellungsmerkmal oder Besonderheit. Hier werden in erster Linie edle Limited Editions immer wichtiger, denn den Film oder die Serie kriegt man inzwischen immer öfter, immer schneller, auch als digitales Produkt. Wenn ihr euch für einen Vertriebsjob interessiert, empfehle ich eine dezidierte Ausbildung. Einen weiteren großen Part in Bezug auf eine berufliche Tätigkeit in der Anime-Branche bildet das Feld der Synchronisation. Die Koordination Selbiger, also zum Beispiel die Wahl der Studios oder der Sprecher, fällt bei einigen Publishern in den Tätigkeitsbereich des Produktmanagers. Bei anderen wird Selbiger lediglich in Entscheidungsprozesse mit einbezogen, während es auch Unternehmen gibt, die für dieses Segment ein separates Team abstellen. Zunächst muss das Dialogbuch erstellt werden. Nach dem Zuschlag für ein Projekt erstellt der Dialogbuchautor auf Basis der Rohübersetzung ein, in Anführungsstrichen auf Mund geschriebenes Dialogbuch, das im Idealfall anders klingt als die Untertitel. Schließlich spricht man anders, als man schreibt oder Untertitel liest. Währenddessen kontaktiert der Aufnahmeleiter nach Absprache mit dem Synchronregisseur eine Reihe von Sprechern und fragt die Verfügbarkeiten ab, bucht Termine ein oder lädt zu einem Casting. Der Regisseur spricht sich dabei wiederum mit dem Auftraggeber, also dem Publisher ab. Der Dialogregisseur ist übrigens nicht selten auch der Dialogbuchautor oder sogar zusätzlich selber Synchronsprecher. Ein prominentes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Yannick Forstenhäusler, der bei One Piece schreibt, gelegentlich spricht und Regie führt. Dabei brieft der Regisseur die Sprecher und informiert sie über die jeweilige Rolle, die Thematik des Animes oder die generelle Stimmung und Atmosphäre des Titels. Du musst nur noch ein bisschen schlechter lügen an der Stelle. Und mach die Laute nicht zu lang. Nicht selten legt der Regisseur auch fest, wie Namen und Begriffe ausgesprochen werden. Schaut euch hierzu gerne mein Video von meiner Rolle in One Piece an. Da erlebt ihr hautnah, wie mir Regisseur Yannick Anweisungen gibt, mich brieft und unterstützt. Einen Link findet ihr in der Infobox. Ein großer Gewinn für die hiesige Synchro-Szene ist die Tatsache, dass Sprecher und Regisseure wie René Don-Claude oder Rieke Werner selber riesige Anime-Fans sind. Natürlich gibt es aber auch viele Sprecher, die ihre Stimme nur hin und wieder einer Anime-Figur leihen. Während japanische Sprecher den schauspielerischen Part des Synchronisierens sehr pedantisch ausleben und die Rollen auf bestimmte Art und Weise interpretieren, sind viele deutsche Sprecher dieses Overacting nicht gewohnt. Dennoch möchten die Sprecher euren Wünschen und Vorstellungen stets gerecht werden. Auch wenn die Abneigung gegenüber deutscher Synchro in den letzten Jahren etwas abnahm, finde ich, dass man mit vielen Synchronsprechern im Anime-Bereich oftmals noch immer zu hart ins Gericht geht. Meiner Meinung nach gibt es nämlich zahlreiche fantastische Sprecher und hervorragend vertonte Anime-Filme und Serien. Konstruktive Kritik ist gut und kann anspornen, die Hate frustriert jedoch eher und führte in der Vergangenheit auch schon dazu, dass bestimmte Sprecher das Anime-Segment mieden. Aufnahmeleiterin und Sprecherin Nicole Hiese hat gemeinsam mit zwei Synchro-Kolleginnen einen YouTube-Kanal gestartet, um etwas Aufklärung zu betreiben und Einblicke in den Bereich Anime-Synchro zu gewähren. Den Kanal verlinke ich euch in der Beschreibung. Um Synchronsprecher zu werden, empfiehlt sich eine klassische Schauspielausbildung. Auf Conventions veranstalte ich regelmäßig Q&As mit Sprechern wie dem One-Piece-Cast, Patrick Keller aka Kirito, Max Felder, der Aaron Jäger seine Stimme leiht oder Regisseur Matthias von Stegmann, der unter anderem für die deutsche Fassung von Your Name verantwortlich zeichnet. Wenn ihr also mehr zu diesem Berufssegment erfahren wollt, schaut euch die Fragestunden gerne an. Ich verlinke sie euch unter dem Video. Ihr seht schon, viele Wege führen nach Rom oder in diesem Fall nach Tokio. Ich landete zum Beispiel über Umwege in der Anime-Branche. Erst Tageszeitung, dann Radio, dann Gaming-Journalismus und schließlich YouTube. Für mich ist es auch nach 15 Jahren noch ein Traumjob. Und das liegt nicht nur am Medium Anime, sondern auch an den lieben Menschen, die in der deutschen als auch internationalen Anime-Branche arbeiten, all den inspirierenden Anime- und Manga-Künstlern aus Japan und natürlich auch an euch, der Community. Für euren Einstieg in diese spannende und liebenswerte Branche wünsche ich euch viel Erfolg und hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen helfen und motivieren konnte. Because of the